Bundesliga auf dem Betze, oder geht es so weiter wie in der Rückrunde und der FCK findet sich im Abstiegskampf wieder. Heute werden wir mal den 1. FC Kaiserslautern zur Brust nehmen und werden mal gucken, wo werden die nächste Saison spielen. Werden sie oben angreifen, werden sie unten mitspielen, werden sie im Mittelfeld landen. Wir werden heute mal das Ganze durchgehen. Ich habe mir wirklich viel zusammengeschrieben und wir werden heute auch mal gucken, warum der 1. FC Kaiserslautern die Vorrunde so gut bestritten hat, die Rückrunde so schlecht beschritten hat und geht es so in die neue Saison oder was wird passieren? Ich habe da eine ganz besondere Meinung dazu und ich habe ein paar richtig gute Fakten rausgeholt. Der FCK hatte nach 17 Spieltagen, waren sie Vierter, 29 zu 23 Tore, hatten 29 Punkte. Nach der Rückrunde waren sie Rückrundentabelle, sind sie 15. mit 18 zu 25 Toren, drittschlechtester Sturm und die letzten 5 Spiele, wenn wir die Formtabelle anschauen, ist der FCK 18. der 2. Bundesliga gewesen und das hat Gründe und die Gründe habe ich wirklich rausgesucht. Bevor ich da jetzt aber weiter reingehe, ein Abo würde mich mega freuen auf dem Kanal, ein Like würde mich mega freuen. Wir werden die 2. Bundesliga komplett die ganze Saison begleiten, für das ist der Kanal da und für keine neuen Videos gerne den Kanal abonnieren. Ganz kurz Freunde, ich möchte bevor wir jetzt hier reingehen in die Analytik und das war nicht ganz einfach, muss ich mich outen. Ich bin ein bisschen Kaiserslautern Fan, ich war auf dem Betzenberg der letzte Saison gegen den HSV und ich habe mich ein bisschen in den 1. FC Kaiserslautern verliebt, muss ich sagen, auch in den Betzenberg verliebt und für alle, die noch nie dort waren, fahrt unbedingt dorthin. Ich habe trotzdem versucht, das Video so objektiv wie möglich zu machen, ohne mein Fanboy-Dasein da einfließen zu lassen. Wir werden jetzt trotzdem mal reingehen, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt beim 1. FC Kaiserslautern. Die letzten 5 Spiele hat man einen Unentschieden geholt und 4 verloren. Man ist in der Formtabelle 8-Center und das hat wie gesagt Gründe. Und erstmal die Heim- und Auswärtstabelle, man hat daheim 24 Punkte in letzter Saison geholt, auswärts 21, also das ist nicht groß der Unterschied. Man ist daheim ein bisschen besser als auswärts von den Punkten her. Das ist jetzt ziemlich ähnlich. Wenn man auf X-Value geht, dann kann man sich die X-Points anschauen. Da wäre Kaiserslautern sogar 6. nach der letzten Saison gewesen. Und das ist schon so eine kleine Hindeutung, auf was ich später hinaus will. Merkt euch das mal, wenn X-Points, wäre Kaiserslautern laut der Seite xvalue.ai, ist eine geile Seite, wären die 6. anstatt 9. am Ende der Saison gewesen. Und ich will auch gar keinesfalls die Saison läutern, denn 9. ist top gewesen für den Aufsteiger. Die Vorrunde war top, aber die Rückrunde muss man halt wie gesagt drüber sprechen. Und wenn wir uns jetzt mal gucken, an was hat es gelegen, warum war die Rückrunde so schlecht? Erstmal möchte ich ganz kurz noch reingehen, wie spielt Kaiserslautern? Und das ist auch wichtig später für den Kader, was ist das Ziel von Kaiserslautern? Wie will man spielen? Und das ist echt einfach. Konter, defensiv stehen, Flanken, Beuth, Tor. Beuth, 13 Tore, 2 Assists, immer noch mit Cent, 32 Jahre mittlerweile, 35 kmh schnell, hat 170 Kopfballduelle gewonnen, ist Dritter damit in der Liga und das ist relativ klar. Kaiserslautern hat 19,71 Flanken pro 90 Minuten geschlagen, ist man 7. in der 2. Bundesliga. Man hat, was ganz interessant ist, abgeschlossene Dribblings, hat man nur 11,76 pro 90 Minuten, damit ist man 17. in der Liga, das heißt auf Dribblings lebt man nicht viel Wert, man versucht ruckzuck nach vorne zu pushen, was aber durchaus, es ist jetzt nicht so, dass Kaiserslautern ein Antifußball spielt, nein im Gegenteil, das hat man in der Vorrunde gesehen, bei verschiedensten 3-3 und 4-4 Unentschieden, das ist schon recht ansehnlich, was Kaiserslautern da teilweise gespielt hat. Wenn man weiter in die Statistiken anguckt, von allen Pässen, die Kaiserslautern spielt, gehen 43% direkt nach vorne, das sind direkt progressive Pässe, damit ist man 4. in der gesamten Liga, also Konter, Freunde, ist ganz klar. Ballbesitz hat man nur 43,0%, ist man 17. das juckt aber Kaiserslautern absolut gar nicht, das ist sogar so gewollt. Man ist insgesamt 8. in der Liga nach Flanken mit 369. Und das ist wie gesagt so das Ziel, gut stehen in dem 4-2-3-1-System, gut defensiv stehen, meistens lässt sich ein von den 4-2-3-1, die eine von den 6ern lässt sich teilweise noch mit in die Innenverteidigung mit reinfallen, wenn wir mal die Realformationen in den letzten Spielen anschauen und das mal allgemein so das Ding, wie Kaiserslautern spielen will. Und jetzt gehen wir mal auf die Rückrunde wirklich in die Dauer ein und was war da los, warum ist die Rückrunde jetzt wirklich nicht gut gewesen? Und ich möchte jetzt hier, das letzte Spiel hat man 3-0 gegen Düsseldorf verloren, da möchte ich mal hier vom bundesliga.de was aus dem Ticker vorlesen. Und ja, also am Ende gewinnt Fortuna klar mit 3-0. Dank eines Doppelpacks von Kovnatski, dem 3-0 durch Ginzeg und der frühen roten Karte gegen Sean Zimmer, siegt die Fortuna am Ende etwas zu hoch und über weite Strecken gegen wacker kämpfende Lauterer. Und das ist so das ziemliche Ding, wir gewinnen etwas zu hoch gegen wacker kämpfende Lauterer. Und das ist, finde ich, das beschreibt ziemlich die ganze Rückrunde. Denn wenn wir die Rückrunde uns angucken, dann hat man oft wirklich unglücklich verloren. Gegen Bielefeld verliert man nur 90 plus 7 durch ein Tor von Serra, man war besser in dem Spiel, gegen Nürnberg das letzte Spiel war man besser. Man war oft ziemlich gut, man hat sich ziemlich gute, ich nenne sie mal 3-Viertel-Chancen erspielt, aber nie zu Ende wirklich gespielt. Und man hatte schon immer wieder gute Chancen, man hat immer wieder gut gekämpft, ist immer wieder gut zurückgekommen und da hat er am Ende einfach nicht immer das Spielglück. Und das ist ein Punkt, warum die Rückrunde wirklich nicht gut war, fehlendes Spielglück. Wenn wir uns das nächste angucken, ich nenne es mal fehlende Restgalligkeit, und zwar in der Vorrunde ist man auf einer Euphoriewelle geschwebt. Man hat die Spiele wirklich gewonnen durch Kämpfen, durch pures Kämpfen, durch puren Willen. In der Rückrunde hat oft in den entscheidenden Situationen, wie ich finde, der letzte 100%ige Wille, die Torschuss wirklich zu Ende zu spielen oder wirklich das Tor zu 100% zu wollen, gefehlt. Lag es vielleicht daran, dass Kaiserslautern schon relativ früh gesichert war und das war eigentlich immer so das Ziel und man war sich schon relativ sicher, wir sind sicher in der Liga und hat deswegen vielleicht so ein bisschen die, ich nenne sie mal die 5%, die letzten 5%-Galligkeit gefehlt. Denn bis zu 20 Meter vorm Tor sah das oft richtig gut aus von Kaiserslautern. Ich habe mir viele Spiele nochmal angeschaut und gerade die letzten 5 Spiele hätten viele nicht verlieren müssen, also um Gottes Willen. Und wie gesagt, fehlendes Spielglück, die letzten 5%-Galligkeit, die fehlen und dann haben wir noch ein Ding, das halt wirklich heftig ist und wenn wir uns das mal angucken, da sind das Verletzungen. Wenn wir uns Verletzungen anschauen in der Rückrunde, in der Vorrunde ist man relativ gut mit Verletzungen durchgekommen. Ich habe mir jetzt mal ein paar Spieler angeschaut und zwar waren das die Spieler, ich habe mir folgende wichtige Spieler angeschaut. Das ist einmal Bormuth, der hat in der Rückrunde 4 Spiele wegen muskulären Problemen gefehlt, war relativ wichtig in der Vorrunde. Er ist nur Spieler Nummer 1, Innenverteidiger, dann haben wir Kevin Kraus, der hat 8 Spiele, war er verletzt, 5 davon in der Rückrunde, auch muskuläre Probleme oft, war auch wieder ein Innenverteidiger. Im defensiven Mittelfeld haben wir Rapp, der ist im Winter gekommen und da hat man schon gesehen, da müssen wir eventuell was machen. War in der Rückrunde 5 Spiele verletzt, auch muskuläre Probleme. Wenn wir Marlon Ritter anschauen, Vorrunde war easy, Rückrunde, 4 Spiele verletzt, die letzten 3 Spiele war er komplett raus, hat auch, deshalb ist auch ein bisschen die Form, denke ich mal, weggegangen in den letzten 5 Spielen, weil Kaiserslautern halt da unter anderem Marlon Ritter verloren. Wenn wir im offensiven Mittelfeld weitermachen, haben wir Philipp Klement, Vorrunde war wirklich okay, Rückrunde war er auch wieder 4 Spiele verletzt und auch wieder am Oberschenkel und das ist immer Verletzungen, muskuläre Probleme, die man halt nicht so einfach in den Griff bekommen kann. Redondo, Vorrunde top, Rückrunde 6 Spiele verletzt wegen muskulären Problemen und da haben wir jetzt 6 Spieler, die wirklich wichtig sind und die haben insgesamt 27 Spiele gefehlt und das ist halt Wahnsinn und eine Mannschaft wie Kaiserslautern als Aufsteiger kann das so nicht immer kompensieren und das ist halt dann wirklich schwierig, wenn man halt immer wieder und man sieht es auch, wenn ihr euch die Aufstellung in der Rückrunde anschaut, da war seltenst mal die gleiche Elf dabei. Es sind immer wieder Rotationen, dann hat man wieder einen Innenverteidiger als Sechser gespielt, dann hat man wieder, Tomiak war da oft der Fall, mal als Sechser, mal als Innenverteidiger, man hat in der Rückrunde nicht eine wirkliche Konstanz zusammenbekommen, auch aufgrund von den vielen Verletzungen. Ich wiederhole es nochmal, insgesamt 27 Spiele, 6 wichtige Spiele haben 27 Spiele insgesamt in der Rückrunde gefehlt, also wenn man alles zusammenzieht, das ist schon extrem heftig und gerade auch in den letzten 5 Spielen haben davon immer wieder wichtige Spiele gefehlt und das kann einfach eine Mannschaft wie Kaiserslautern als Aufsteiger so nicht ersetzen. Schauen wir in die Zukunft, wie geht es weiter? Kaiserslautern hat reagiert auf die Verletzungen, sie sind auf dem Transfermarkt, bis jetzt richtig gut aktiv gewesen, wie ich finde. Man hat Jan Elwedi geholt von Regensburg, ist ein Top-Innenverteidiger und will auch aufgrund, man hat auch jetzt gerade immer noch mit Verletzungen zu kämpfen, wie gesagt die letzten 5 Spiele, man geht mit verletzten Spielern aus der Saison, man holt sich Elwedi, Top, Top, Top-Innenverteidiger. Man holt sich Timo, ich kann es nicht aussprechen, Puczatz, ich kann es nicht aussprechen Freunde, es ist ein polnischer Linksverteidiger, der kommt von einer Laie zurück, beziehungsweise man holt ihn von einer Laie von Union, Linksverteidiger, 24 Jahre alt, 1,80 Meter groß, weiß ich jetzt nicht so genau, was ich davon halten soll, auch die Stats von ihm schauen jetzt nicht so überragend ausgehen, wir weiter und zwar zu einem wirklich, wirklich, es kommt eine Laie, kommt noch zurück, ein Linksverteidiger, Neil Gibbs kommt zurück, weiß ich nicht wie man da plant, auf der Linksverteidigerposition, kommt aus der Regionalliga zurück, war dort ausgeliehen und jetzt kommen wir noch zu einem wirklich Top-Transfer und zwar ist das Tobi Raschl von Greuther Fürth, ist ein ZM Allrounder, kann notfalls auch Innenverteidiger spielen, ich finde der ist brutal unterbewertet, ich habe ihn bei Fürth schon wirklich auf der Liste gehabt für größere Aufgaben und jetzt geht er zu Kaiserslautern, ist ein Spieler, den ich schon länger auf dem Maladar hatte, aber anscheinend viele andere Klubs nicht zu Kaiserslautern hat zugeschlagen, ich finde es überragend, also der passt perfekt da rein und kann eventuell auch viele Verletzungen auf verschiedenen Positionen ausgleichen, um da, also man erkennt schon die Probleme bei Kaiserslautern und ich habe auch im Forum viel gelesen, viel, da war so Betze, Forum und so weiter, da waren teilweise Stimmen dabei, die auch eine Trainerentlassung gefordert haben, was ich jetzt so gar nicht sehe, also ich finde, das hat schon Gründe und warum man die Rückrunde nicht so bestritten hat, wie man sie bestritten hat, aber ich finde, das sind jetzt nichts, das sind jetzt keine Stellschrauben, die unlösbar wären, das ist alles Sachen, die eigentlich gut in den Griff zu bekommen sind, auch die 5% ist einfach ein Mentalitätsding, jetzt haben wir ein Problem und zwar die laufende Saison startet und 2024 laufen folgende Verträge aus, wir haben Kraus, wir haben Niehus, ich kann es nicht richtig aussprechen, ich hoffe, Entschuldigung Leute, wir haben Zulinski, Beuth, Hanslik und Herrcher, die 2024 der Vertrag auslaufen, da muss man halt jetzt wirklich nachlegen, man muss wirklich sagen, hey, wir wollen mit euch verlängern oder nicht, wir wollen ein Grundgerüst behalten, finde ich jetzt schon relativ richtig und wichtig, dass man letzte Saison, nächste ist, dass es auch vielleicht dann auseinanderbricht, als Gerücht ist gerade noch von St. Pauli, der Innenverteidiger Zwigala im Gespräch, finde ich relativ gut, muss ich wirklich sagen und die Transfers sind top, ich sehe für Kaiserslautern wirklich eine rosige Zukunft, muss ich sagen, ich denke, es ist wieder ein einstelliger Tabellenplatz easy drin und wenn man auf einer Euphorie-Swelle wieder schweben kann, wie in der Vorrunde, dann sieht man, wie hoch es gehen kann durch sowas und das ist für Kaiserslautern, lebt denke ich schon ein bisschen auch von der, von Betze, von der Emotion, von dem Ganzen drumherum und das finde ich schon relativ wichtig dann für Kaiserslautern, wie gesagt, ich sehe Kaiserslautern eine rosige Zukunft, Einsteiger der Bärenplatz easy drin, gute Transfers, man kann noch mit ein paar Leuten wirklich gut verlängern, wenn alle fit bleiben, wenn die Gehrlichkeit da bleibt, wenn die Euphorie-Welle kommt, sehe ich Kaiserslautern wirklich eine gute, rosige Saison. Was denkt ihr, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen.